Sobald Ihre Wärmepumpe mit der Aquaria Smart Cloud verbunden ist, besteht die Möglichkeit, sich zusätzlich mit der Aquaria Service Cloud zu verbinden. Hier können Sie nun einen Serviceanbieter Ihres Vertrauens eintragen und diesen autorisieren, Ihre Wärmepumpe 24-7 per Fernzugriff anzusteuern. Der aktuelle Systemstatus kann so per Ferndiagnose überwacht und die letzten sieben Tage im Detail analysiert werden. Dabei werden bis zu 71 verschiedene Parameter berücksichtigt. Im Falle einer Störung erhält der Serviceanbieter eine Benachrichtigung mit klarer Fehlerbeschreibung. In vielen Fällen kann das Problem über die Justierung einer Systemeinstellung aus der Ferne gelöst werden. Für den Fall, dass sofortige Hilfe in Ihrem Haus benötigt wird, gibt die Aquaria Service Cloud dem Dienstleister alle notwendigen Informationen, damit der richtige Fachmann zum Einsatz kommt und schon vorab weiß, welches Ersatzteil mitzubringen ist. Das ermöglicht sofortige Lösungen, reduziert die Anzahl der Einsätze vor Ort und spart Geld und Zeit. Die exakte Überwachung und Wartung verlängert die Lebensdauer des Systems und garantiert so einen höheren Return on Investment. Laden Sie einfach die Panasonic Comfort Cloud App aus einem beliebigen App Store oder öffnen Sie diese direkt über die URL aquaria-smart.panasonic.com in Ihrem Browser. Sehen Sie auch unsere anderen Aquaria Videos. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie die Smart Cloud nutzen und Ihre Wärmepumpe von überall und zu jeder Zeit steuern können. Panasonic. A better life, a better world.